Heiken, grüß dich. Du hast den 14. Termin? Alles klar. Was sind Termine bei mir? Dass du Bescheid weißt. Dann tu mir einen Gefallen. Setz dich gerade auf den Stuhl hier vorne. Der frei ist. Ich bin in einer Minute bei dir. Und dann besprechen wir alles, wie du dein Make-up möchtest. Okay, dann bis gleich. Ja, meine Liebe. Du möchtest ein Make-up für heute Abend? Okay, das mache ich dir gerne. Willst du eher so ein bisschen klemmen? Oder eher so dezent? Dezent. Das kriegen wir hin. Ja, als erstes würde ich dein Gesicht reinigen. Weil, wie ich sehe, hast du ein Make-up schon im Gesicht. und das würde ich gerne erst entfernen, bevor wir loslegen. Ich ziehe dir aber als erstes mal ein Band um die Haare. So. 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 Okay, so. Nicht zu hängen. Dann ist es prima. So. Wie gesagt, wir machen erst mal Make-up ist Make-up ist Make-up ist Make-up ist Make-up weg. Und dazu nehmen wir... So eine Spezialreinigung. Die gibt es nur hier. Das ist so ein Gemisch extra von unserem Beauty Salon. So. Dann legen wir mal los. Mach mal die Augen bitte zu. So. 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 Jetzt trage ich dir eine Fliege, eine Fliege auf. Also, ich habe eine Fliege auf. Was wir tatsächlich jetzt müssen. Fühlt sich angenehm an. Kann ich auch nur empfehlen. Genau, und dann tragen wir noch... Noch eine Pflege für unteres Make-up. Make-up auf. Das sieht so aus, nur damit du Bescheid weißt. So, ma-ma-ma-ma. So, ma-ma-ma-ma-ma-ma. Perfekt, 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 perfekt. So, jetzt fangen wir mal mit dem Make-up an. Wenn du sagtest, du willst nicht so glamorous, sondern so ein bisschen eher dezent, dann nehmen wir dieses Produkt. So, jetzt fangen wir mal mit dem Make-up an. So. Perfekt. Perfekt. Machen wir die Augen bitte zu. Perfekt. Nerf. Perfekt. 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 So... So, ich mach dir noch so ein bisschen Globes-Make-up. Das ist nur ganz zart von der Farbe. Ich hab das nicht aufgewachsen. Ich hab das nicht aufgewachsen. Ich habe das nicht aufgewachsen. Ja, das ist meine Katze, normalerweise. Normalerweise ist die Katze in der Wohnung, aber die hört halt überhaupt nicht mehr. Sie macht, was sie will. Das ist ein böses Luder, müssen sie wissen. So, jetzt. Und das ist das Bruder. Perfekt, Perfekt, Perfekt. Perfekt, Perfekt, Perfekt. Genau, ich trage dir noch ein bisschen. Ich sehe das eben gerade. Erst noch ein bisschen Conceal am die Augen auf. Perfekt. Perfekt. So, machst du die Augen so ein bisschen so nach oben gucken. So, jetzt noch ein bisschen Kajal. Machen wir die Augen weit auf. Perfekt. Das reicht schon, das ist super. So, jetzt ein bisschen Lidschatten. So, wir nehmen das hier. Und dann nochmal die Augen fest. So, jetzt mal. So, jetzt kommt noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Jetzt hast du die Möglichkeit, die es auszupfen. Ich zeige dir das mal. Ich öffne das mal. Das sieht so aus. Von der Farbe. Oder. Oder. Da haben wir noch so ein. Ein Sticker. Oder. Die wärmen. Du möchtest das hier? Das ist fantastisch. Dann würde ich sagen... Ich hab Gefe. Schlau einen Sneck, Schlau einen Kuch, Schlau einen Kuchen. Schlau einen Kuchen zu machen. Dann für mich zu fragen, sehr gut zu machen. Dann machen wir die Augen zu, dann machen wir noch ein anderes Auge. Perfekt, sieht gut aus. Jetzt zum Abschluss deine Augenbrauen. Gibt es wohl die Farbe, die so gönne? Jetzt würde ich dir zum Abschluss noch so ein Fixing Spray mit so ein bisschen Glow. Okay. 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 Ich sehe gerade, ich muss noch mal ganz 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 kurz an dein Auge, weil der Lidschatten ist auf der einen Seite nicht so optimal verteilt. Jetzt kann ich noch mal kurz, dann machen wir mal die Augen zu. Wir korrigieren das. Okay. Jetzt, last but not least, Okay. Perfekt. Und noch zum Abschluss. Perfekt. 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 Perfekt.